Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Filmhäuse, zu Let's Play Mario Kart Wii. So, wir spielen heute Grand Prix. 100cc, letztes Mal haben wir die 50cc beendet. Das war, glaube ich, einfach, das ist normal und das ist schwer. Also, hier haben wir nur Motorräder und wir fangen einfach mal mit der Peach an. Hier sehen wir verschiedene, das Standard-Bike, das Mach-Bike und der Sugarcoat. Also, so ein Roller dann halt, ne? Wir fangen mal mit dem an, das finde ich so hübsch. So, manuell. Hier wieder dieselben Cups wie schon bei den Autos. Deswegen sollten wir uns da ein bisschen auskennen, sollte aber ein bisschen schwerer sein als die 50cc. Ich hoffe, dieses Bike oder dieses Motorrad ist jetzt nicht schlocht, ne? Das wäre nicht so gut. So. Man kann da auch so machen. Oh. Das, äh, also so da. Ich weiß nicht, wozu das ist, aber man... Oh, Mann, das geht aber... Uhhh! Das geht scharf in die Kurve, hey. Okay, so. Eins und zwei und drei und tschüss. Ach. Bowser. Wieso tust du mir das... Oh, das war sehr knapp. Ach, okay. Uhhh, ich bin da nicht so gut mit. Oh Gott, das war eine schlechte Idee. Okay, das war dezent schlecht. Also, ihr seht schon, das ist ganz, ganz anders als, äh, als das mit nur den Autos. So. Darf ich hier nicht zu scharf in die Kurve reingehen? Ihr habt vielleicht gemerkt, dass gestern Folge 7 rausgekommen ist, anstatt Folge 8. Das lag daran, dass ich Folge 8 zuerst hochgeladen habe, vorgestern. Und dann kam halt die Folge 7 gestern raus. So. Ich hoffe, wir bleiben jetzt vorne, ne? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. So, man kann es auch sehr gut ohne Driften lenken. Finde ich. Mist, ich dachte, ich treffe den Waluigi noch. Leider hat es nicht geklappt. Immer diese Tinte hier. Okay. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wenn wir jetzt erwischt werden, dann ist es, ne? Dann ist es ganz dezent verbar. Ganz dezent. Oh, nein! Oh. Nein, ich will nicht Vierte sein. Das wäre so ein schlechter Start. Oh, wir sind Vierte. Mist. Das wäre so ein Unglück. Okay, probieren wir es nochmal. Also nicht nochmal diese Strecke, sondern jetzt in der nächsten Strecke. So. Nächstes Rennen. Ich hoffe, da funktioniert es etwas besser. Das war so ein Unglück am Ende, ne? Typisch. Mir tut übrigens total der Daumen weh. Ich habe jetzt angefangen zu häkeln. Ich mag es einfach, im Winter zu häkeln. Geht es dann noch jemandem so? Oder stricken, wenn ihr stricken könnt? Ich mag es einfach im Winter... Uh, im Winter zu häkeln. Mag ich einfach total. So einen Film anzuschauen, während die Videos rendern. Oder jetzt nicht, äh... Oder eine TV-Show und dann einfach häkeln. Mag ich total. Weiß ich nicht warum. Einfach im Winter mag ich es. Und, äh... Geh weg! Okay, jetzt eben. Ähm... Und ja, ich habe so viel gehäkelt. Mir tut jetzt wirklich der Finger davon weh. Ich wäre schon wie meine Mutter. Ich kann auch nicht so oft häkeln. Der tut die Schulter... Irgendwann weh. Okay. So. Das ist so eine schöne Musik hier. Oh, da ist eine Kuh im Weg. Momo. Geh bitte weg, danke schön. Momo, die Kuh. So. Ah, Mist. Ich habe Facebook offen gelassen. Oh! Es passiert mir immer. Immer. Dass ich Facebook offen lasse. Ich bin auch in so verschiedenen Gruppen. Die Vampire Diaries. Overwatch Gruppe. Und so was und so fort. Und sobald ich dann mal da was offen lasse. Weil ich da einmal kommentiere. Bling, bling, bling! Na, zumindest in Runde 2, ne? Zumindest in Runde 2. Und nicht in Runde 3. Geh weg. Oh ja, das sehen wir jetzt. Boah, ich kann das einfach nicht. Ich habe da so Angst, dass ich da irgendwo dagegen krach. Oh Gott. Ach, fast. Die sind fast reingefahren. Also das ist jetzt die letzte, die dritte Runde. Dann, äh... Ne? Jetzt ist es ernst. Okay, vorsichtig. So. Mist. Der Bowser hat eins eingefangen, aber wir nicht. Oh nein, da sind wir langsam. Nein. Du wirst nicht gewinnen. Nein. Oh. Zumindest... Zumindest zweite. Und nicht wie der letzte. Oder vierte. Letzte wäre ja noch schlimmer, Mensch. Aber zweite. Okay, nächstes Rennen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe diese Bikes, ganz ehrlich, habe ich noch nie gemocht gehabt. Also ich habe... Die sind okay, aber ich mochte immer die Autos lieber. Zumindest auf der Wii-Version. Also auf dem DS gibt es ja das gar nicht. Also auf dem normalen DS. Auf dem Nintendo 3DS, ähm... Hab ich jetzt gesehen, gibt es ja noch mehr. Ich bin da so... Ich bin da so hinterher, ne? Einfach so hinterher. Ich weiß noch, frühe, als ich jünger war, mit der neueste Konsole, das neueste Handy, mittlerweile so hinterher. Oh. Schwuch. Die macht da einfach nur den Fuß hoch. Ich habe da was gesehen auf YouTube. Und zwar... Eine Abkürzung. Also wenn man jetzt hier entlang geht... Da seht ihr da, an der linken Seite ist da so ein Pilz. Da kann man auf den Pilz drauf springen. Und dann kann man die Ganze oder das Ganze hier einfach mal so auslassen. Aber das ist ja doof. Wir wollen ja den normalen Kurs fahren. Hup. Ich dachte schon, mich hätte es erwischt. Wir haben jetzt ein paar gute Items. Oder Items. Manche sagen... Oh nein! Manche sagen ja Items. Für mich ist das Items, nicht Items. Damals auch, wo ich ganz viel Minecraft gespielt habe, war das nicht für mich Items, sondern Items. Items. Items ist auch kein... Worauf. Es ist ja ein englisches Worf. Oh! Es ist ja ein englisches Worf, kein deutsches Worf. Kann man so ein bisschen kontrollieren. Aber nicht sehr viel. Okay. Haha. Wario. So. Ich nehme auf jeden Fall von allen Klassen... Also da gibt es ja schwere Klasse, leichte Klasse und so weiter und so fort. Nehme ich auf jeden Fall alle mal dran mit den verschiedenen Bikes. Oder versuche ich zumindest. Ich weiß nur, dass 150 CEC ziemlich schwer wird. So. Ich weiß, wir könnten auch die andere Richtung nehmen. Ich will jetzt aber nicht. Ich will es nicht vermasseln. Wir sind gerade Erste. Das erste Mal sind wir Erste. Wie immer die ganzen YouTube-Kommentare. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Filmhäuse, zu Let's Play Mario Kart Wii. So. Wir spielen heute Grand Picks. 100 CEC. Letztes Mal haben wir die 50 CEC beendet. Ähm. Das war, glaube ich, einfach. Das ist normal und das ist schwer. Also. Hier haben wir nur Motorräder. Und wir fangen einfach mal mit der Peach an. Hier sehen wir verschiedene. Standard Bike. Das Mach-Bike und der Sugarcoat. Also so ein Roller dann halt, ne. Wir fangen mal mit dem an. Das finde ich so hübsch. So. Manuell. Hier wieder dieselben Cups wie schon bei den Autos. Deswegen sollten wir uns da ein bisschen auskennen. Sollte aber ein bisschen schwerer sein als die 50 CEC. Ich hoffe, dieses Bike oder dieses Motorrad ist jetzt nicht schlocht, ne. Das wäre nicht so gut. So. Man kann da auch so machen. Oh. Das ist... Also so da. Ich weiß nicht, wozu das ist. Aber man... Oh, Mann. Das geht aber... Das geht scharf in die Kurve her. Okay. So. Eins. Und zwei. Und drei. Und tschüss. Bowser. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Filmmäuse, zu Let's Play Mario Kart Wii. So. Wir spielen heute Grand Picks. 100 CEC. Letztes Mal haben wir die 50 CEC beendet. Das war, glaube ich, einfach. Das ist normal und das ist schwer. Also. Hier haben wir nur Motorräder. Und wir fangen einfach mal mit der Peach an. Hier sehen wir verschiedene. Das Standard Bike. Das Mach Bike. Und der Sugarcoat. Also so ein Roller dann halt, ne. Wir fangen mal mit dem an. Das finde ich so hübsch. So. Manuell. Hier wieder dieselben Cups wie... Wie schon bei den, äh... Bei den Autos. Deswegen sollten wir uns da ein bisschen auskennen. Sollte aber ein bisschen schwerer sein als die 50 CEC. Ich hoffe, dieses Bike ist... Oder dieses Motorrad ist jetzt nicht schlocht, ne. Das wäre nicht so gut. So. Man kann da auch so machen. Oh. Das ist... Also so da. Ich weiß nicht, wozu das ist, aber man... Oh, Mann. Das geht aber... Uuuuh. Das geht scharf in die Kurve, hey. Okay. So. Eins. Und zwei. Und drei. Und tschüss. Ach. Bowser. Wieso tust du mir das... Oh. Das war sehr knapp. Ach. Okay. Ich bin da nicht so gut mit. Oh Gott. Das war eine schlechte Idee. Das war dezent schlecht. Also ihr seht schon, das ist ganz, ganz anders als das mit nur den Autos. So. Darf ich hier nicht zu scharf in die Kurve reingehen? Ihr habt vielleicht gemerkt, dass gestern Folge 7 rausgekommen ist, anstatt Folge 8. Das lag daran, dass ich Folge 8 zuerst hochgeladen habe, vorgestern. Und dann kam halt die Folge 7 gestern raus. So. Ich hoffe, wir bleiben jetzt vorne, ne? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Also man kann es auch sehr gut ohne Driften lenken. Finde ich. Mist. Ich dachte, ich treffe den Waluigi noch. Leider hat es nicht geklappt. Oh. Immer diese Tinte hier. Okay. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wenn wir jetzt erwischt werden, dann ist es, ne? Dann ist es ganz dezent vorbei. Ganz dezent. Oh nein! Nein! Oh. Nein, ich will nicht vierte sein. In den Kommentaren, ob ich das nochmal spielen soll. Also ob wir dann im Endeffekt nochmal diesen Kurs spielen sollen oder nicht. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Käsegurchen. Tschüss! Tschüss!